ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von Resident Evil 7 so wir haben dann nach dem doch etwas heftigeren kampf glücklicherweise Flusskrebse einen der dieser Riesensumpftypen erledigt aber der zweite hat sie direkt so geschnappt wir müssen jetzt direkt mal hinterher jetzt haben wir endlich das die Medizin aber so einfach wird es uns dann leider doch nicht gemacht so fies da haben wir den ersten schon versaut aber ich glaube wir können den nochmal rausholen so damit wärst du dann erledigt haben wir denn noch irgendwo Krokos ich sehe mal noch nichts was müssten glaube ich oder auch das ist gegrösel von da oben wie mir scheint so ich glaube da war leider nichts drin ne dann schauen wir mal gerade hier hinten nach Flusskrebs der ist aber noch nicht aufgewärmt worden müsste man vielleicht mal noch in die Mikrowelle packen oder in der Mikrowelle reinpacken so jetzt gar nicht war da hinten jetzt irgendwas interessantes glaube nicht glaube nicht noch ein weiterer Wurfspeer okay aber sonst ne nichts mehr was uns irgendwie interessieren könnte okay klettert aber da hinten mal raus na da ist auch noch was danke weiß gar nicht ob ich überhaupt noch was zum basteln da habe gute nacht können wir glaube ich jetzt hier einigermaßen ruhig arbeiten mal hoch bitte auf klopf noch mehr Metalltrott da soll ich noch ein bisschen ein Speer gehabt sehr schön so dann kannst du mal weg und wir uns hoffentlich jetzt einigermaßen den Schrott da hinten holen da glaube ich noch relativ viel Zeug was wir einsammeln konnten danke schön dann gehen wir nochmal dahinter wie viel Krokos haben wir denn noch ich hoffe mal hier erstmal nix so nehmen wir das mal gerade mit aber ich glaube wir müssen eh an dir vorbei ne oh fuck wir sind tatsächlich one kids gut aber da wissen sie halt auch einigermaßen ähm gut zu erledigen dann nochmal wie geht es denn wieder mal hin schwimmst du jetzt da runter ich meine Speer hätte ich ja noch da aber ich glaube das wird halt knapp wenn ich die jetzt alle hier ausschalte letztes Mal da auch schon ne Boxerpuppe drin oder ist das mehr oder weniger zufalls generiert na gut komm dann schalten wir dich mal aus und gehen dann direkt hier rauf ah das geht nicht du kommst also wohl scheinbar nur von vorne da drauf das ist halt was ungünstig na gut das sind doch etwas stressiger als ich das gedacht habe hey der Speerpunkt ist ja ganz gut gesetzt wir kommen einigermaßen durch so tatsächlich ein Astrin okay das scheint immer tatsächlich etwas einigermaßen Zufallsbasis zu sein aber dafür können wir uns jetzt neue Werfußsperr machen das ist ja schon mal gar nicht schlecht allerdings war die Boxerpuppe halt auch schön muss ich ja sagen so der viel zu unnötige Tod hier aber ist halt dann nun mal so dann schalten wir euch jetzt halt beide aus wir haben ja wieder ein paar Dings da einmal und zweimal so da ist jetzt wieder eine Boxerpuppe drin okay so ähm ich glaube wir gehen erstmal da oben hin und werden mit einem Speicherraum begrüßt sehr schön hey kühle Flusskribse eine Mikrowelle eine Tiefkühltruhe sehr schön so hier haben wir jetzt eine Fallbombe ich glaube die können wir halt an die Äste dran packen ja ist okay äh ich glaube wegpacken will ich erstmal nichts wir speichern nochmal so so und dann geht's jetzt hier erstmal weiter so versuchen wir mal hier so lange wie möglich oben zu bleiben na ich bereite mich schon mal vor ich weiß eigentlich nicht mehr ob man hier irgendwann runterkracht natürlich sind halt die Kokos nicht das einzige was man hier hat ihr tretet jetzt auch wieder ein bisschen auf so da ist sogar noch ein Vierbeiniger kommt doch vielleicht mal raus au ich glaube wir haben keine Heilung mehr die bringt zumindest ein bisschen was ich wollte doch nicht da runterfallen hallo Koko so so der Sumpf hier läuft echt nicht gut muss ich zugeben hier geht man viel zu schnell drauf würdest du vielleicht bitte mal da oben bleiben es hat doch gerade funktioniert darüber zu laufen ohne allzu große Probleme so gut dann haben wir jetzt euch auch mal platt wurde Zeit so Boxerpuppe Dankeschön Wurfsperr die Tür können wir dann einschlagen was auch glaube ich gar nicht so schlecht ist ähm andererseits danke hast ich weiß nicht ob da hinten ist nicht noch irgendwas mitzunehmen war glücklicherweise können wir ja zurück so so hier noch irgendwas tolles Nein, ich habe einfach nur eine andere Möglichkeit, hier hochzukommen. Okay. Na dann. Ah, hier war noch. Genau. Hier war der Kühlschrank, den ich gesucht hatte. Gute Nacht. Ja, genau. Nicht schlecht. Lohnt sich. Lohnt sich, lohnt sich. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt schon? Wir haben 10, 20, 30. 30% Schaden. Output ist ja schon mal nicht verkehrt. Achso, wir hatten aber auch genau... Dann möchte ich gerne wieder ein bisschen Heilung haben. Ich brauche es ja doch. So. Speichern wir nochmal, wenn wir gerade schon mal da sind. Und dann gehen wir nochmal zurück. Und jetzt können wir auch hier endlich mal weitergehen. Einmal durch das Häuschen hier durch. So. Ist gut. Tür. Tür. Hier gäbe es halt noch eine Menge... Dings. Ähm. Knarrts. Ja, genau. Hier hinten war ja noch irgendwo der Vierbeinige. Der wartet schon auf uns. Ordnung. Gucken wir mal, wenn wir den platt kriegen. Es kann doch nicht sein, dass ich hier andauernd draufgehe. Meine lieben Viecher, hört auf mich die ganze Zeit zu töten. Gut, dass wir gespeichert haben. Ähm. Ja, wie gesagt. Die sind halt super fies. Die kleinen, ja. Die sind super fies. Es zieht alles nur dieses Let's Play hier in die Länge. Ich möchte das gerne etwas... Äh. Ja, effizienter haben. Na gut. Ist halt Resident Evil auf normal. So. Ich glaube, von hier kriegen wir den halt eben auch noch nicht, ne. Ah, wir können ja mal von hier hinten angehen, ne. So. Das ist doch etwas effizienter. Kostet zwar ein Wurschbär, aber mich dann weniger nerven und vor allen Dingen weniger lieben. Dankeschön. So. Da drin geht, glaube ich, auch noch einiges ab. Wie mir scheint, ja. Soweit ich weiß, könnt ihr keine Türen öffnen. Ähm. Na? Ich glaube, wir hatten es gesehen, aber kommt halt nicht durch die Tür durch. Du schaust halt dummerweise genau in unsere Richtung, oder? Ja. Na gut. Ich glaube, dann müssen wir halt wohl doch hier langsam mal durch. Gut. Das kann doch nicht sein. Natürlich kommt der jetzt auch, den ich eigentlich hier nicht bräuchte. Ja, der hat uns, glaube ich, hier irgendwie entdeckt, glaube ich. Können wir den zurücksetzen? Das wäre, glaube ich, echt praktisch. So. Ja, das ist halt der von da hinten. Ich glaube, die stehen gerade alle sehr, sehr ungünstig. Na, ihr seid halt echt super ungünstig platziert. Ich will doch einfach nur Stealth killen und schneller vorankommen. Ja. Muss ich halt dummerweise tatsächlich meinen letzten Speer dafür aufwenden. Na gut, ich hoffe, wir kriegen noch ein paar neue. Genau, danke, Spawn. Auch bitte direkt vor mir. Ach, Spiel. Lass mich doch bitte mal vorankommen hier. Und mach's mir nicht zu schwer. Ich hab geblockt übrigens. Ich habe übrigens geblockt. So. Naja, besser als nix. Von den vier haben wir zum Glück noch genug. Gut. Also, eine nicht erfolgreiche, ziemlich beschissen laufende Folge gerade. Aber auch das passiert. Wir kriegen's durch. Leider nicht so reibungslos, wie ich mir das wünschen würde. Aber ist halt nun mal so. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao.